Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos, heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Basel-Stadt. Ich bin Ursula Haas, Projektleiterin vom Tanzfest Basel. Das Tanzfest ist ein Sensibilisierungsprojekt für den Tanz und findet gleichzeitig in ganz vielen Schweizer Städten statt. Es sind Profitänzer und Kompanien aus der ganzen Schweiz, die hier zu sehen sind. Mit dem Tanzfest wollen wir nach ans Publikum gehen. Wir haben viele Sachen in öffentlichem Raum und auch auf Bühnen und man will einfach nach an die Zuschauer gehen. Wir haben auch etliche Tanzschulen im Programm, die Vorstellungen machen. Und da sind auch Laien dabei, die mit den Profis zusammen tanzen. Die Zuschauer reagieren meistens sehr begeistert auf Tanzfestvorstellungen. Teiltanzen gerade mit und die meisten Leute sind dann inspiriert von diesen Vorstellungen. Dank Swisslos haben wir das tolle Tanzfest können realisieren. Die Lottoziehung wurde ihnen präsentiert von Swisslos. Wenn Sie in meiner Beineinigung machen, werden Sie die Knochen nicht mehr verursachen. Von der Flächen in Schöneinigung. Wer in der Flächen in der Fläche. Untertitelung des ZDF, 2020